Der Fußball in Ostdeutschland liegt, zu ehrlich müssen wir sein, am Boden. Aktuell spielt nur ein ehemaliger DDR-Klub in der Bundesliga, Union Berlin. Zum ersten Mal seit 2009 repräsentiert ein Verein den Osten. Noch krasser ist ne andere Sache. Das hier ist die Tabelle der letzten DDR-Oberliga-Saison. Viele Klubs sind in den Amateur-Fußball gerutscht oder existieren schon gar nicht mehr. Ihr habt euch ein Video zu diesem Thema gewünscht, und ich frag mich, was ist da passiert? Wieso geht's dem Fußball im Osten so schlecht? Die Antwort… gibt's jetzt! Versteht mich bitte nicht falsch, ich klammere hier RB Leipzig aus, denn mit dem klassischen bzw. traditionellen Ost-Fußball hat das ganze Red Bull-Projekt nix zu tun. Trotzdem stelle ich mir die Frage, naja, ist denn RB Leipzig ein echter Ost-Klub? Ja oder nein? Oben im i ist ne Umfrage, da könnt ihr gerne mitmachen. Ich geh jetzt mal so weit und sage, RB Leipzig könnte den gesamten Ost-Fußball retten. Wieso, sag ich euch später, jetzt reden wir erstmal über die Geschichte. Die Klubs in der DDR haben früher einige sehr große Erfolge gefeiert. 1974 gewann der 1.FC Magdeburg den Europapokal der Pokalsieger. Auffällig ist, im Kader stand kein einziger Ausländer. Logisch, Schuld daran war, tja, die Mauer. Es war schlicht und ergreifend nicht möglich, den Klub groß mit Ausländern zu verstärken. Ein echtes Problem war das aber nicht. Stattdessen galt es eher als Chance. Die Lösung? Alle Karten auf die Jugend setzen. Der Fokus lag voll und ganz auf der Jugendarbeit. Das trug tatsächlich Früchte. Vor allem bei Olympia. 1964 und 1972 gewann die DDR Bronze im Fußball, 1976 sogar Gold und 1980 nochmal Silber. Und es gab den berühmten 1-0-Sieg gegen die Bundesrepublik Deutschland bei der WM 1974 in Hamburg. Klingt jetzt erstmal alles positiv, oder? Tja, aber am Ende hat genau diese gute Jugendarbeit viele Ostklubs zerstört. Ihr alle wisst ja mit Sicherheit, 1989 fiel die Mauer. Vor ziemlich genau 30 Jahren. Im Osten herrschte Goldgräberstimmung. Viele Leute kamen mit Geldkoffern aus dem Westen und sie verdrehten den Fußballern die Köpfe. Der prominenteste Name Rainer Kallmund, damals noch Manager von Bayer Leverkusen. Er nahm die besten DDR-Spieler direkt ins Visier. Matthias Sammer von Dynamo Dresden oder auch seinen Teamkollegen Ulf Kirsten. Beide spielten kurz davor noch im Halbfinale des UEFA Cups. Und Andreas Thum, 1988 Fußballer des Jahres in der DDR. Dazu gibt's eh ne kuriose Geschichte. Es war gar nicht so leicht, die Spieler zu kontaktieren. Kallmund akkreditierte deshalb einen Jugendbetreuer von Bayer Leverkusen bei einem Länderspiel der DDR als Fotograf. Plötzlich saß der auf der Bank neben Spieler Matthias Sammer, der gerade ausgewechselt wurde, und redete mit ihm. Tja, ausgerechnet er kam am Ende nicht zur Werkself, obwohl man sich eigentlich schon einig war. Der Grund? Bundeskanzler Helmut Kohl höchstpersönlich schritt ein und der machte der Konzernspitze von Bayer klar, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Denn es sei schlechte PR, den Osten auszukaufen. Stattdessen ging Sammer zum VfB Stuttgart und wurde deutscher Meister. Für die Fußballer aus der DDR war der Westen super attraktiv, ne ganz andere und vor allem freie Welt. Sie konnten dort zum einen mehr Geld verdienen und die sportliche Perspektive war deutlich besser. Von jetzt auf gleich verließen die Stars der DDR, die Ost-Klubs und… logisch, das hatte riesige Konsequenzen. Die DDR-Oberliga gab's noch immer, aber sie bekam einen neuen Namen. Oberliga Nord-Ost. Die besten Spieler gingen weg und, hier hab ich ne kleine Statistik für euch, bis 1995 gingen 150 ehemalige Oberligaspieler in den Westen. Um drauf kam dazu noch der Nachwuchs, der ja in der DDR ausgebildet worden war. Logisch, in der letzten Oberligasaison fehlte komplett die Attraktivität. Die Fans liefen weg, nur noch etwa die Hälfte kam ins Stadion. Dazu fiel die Förderung der DDR-Firmen weg, die ja Partner der einzelnen Ost-Klubs waren. Finanziell war das ne einzige Katastrophe. Uwe Reinders, der Trainer von Hansa Rostock, sagte damals, Zitat, es ist der nackte Existenzkampf. So entstand auch der Spitzname Pleite Liga. Es gab nur eine große Hoffnung. Irgendwann mussten die Ost-Klubs in der Deutschen Bundesliga spielen dürfen. Dort sind und waren halt die großen Sponsoren, dazu hohe TV-Einnahmen. Kurz gesagt, ein Geldregen. Dafür mussten der DFV, also der DDR-Fußballverband und der DFB fusionieren. Das waren sehr harte Verhandlungen, aber der DFB saß nun mal am längeren Hebel. Gerhard Mayer-Vorfelder sagte, Zitat, man kann keine Regionalgarantien geben, schließlich ist die DDR ein Land nur so groß wie Nordrhein-Westfalen. Bringen wir's mal auf den Punkt. Die Ost-Klubs wurden hier knallhart über den Tisch gezogen. Ab der Bundesliga-Saison 1991-92 durften sie zwar im Oberhaus kicken, aber… jetzt ratet mal, wie viele Plätze bekam die ehemalige DDR? Ich sag's euch, insgesamt zwei in der Bundesliga. Dynamo Dresden und Hansa Rostock durften da mitspielen. In der 2. Bundesliga durften immerhin schon 6 Ost-Klubs ran und der Rest musste dann noch weiter nach unten. Für einige Vereine war das das Todesurteil, denn… die Jahre davor kämpfte man eh schon um die Existenz und viel Geld konnte man im Unterhaus bzw. der 3. Liga nicht verdienen. Hansa-Trainer Uwe Reinders prognostizierte deshalb, Zitat, einige der ostdeutschen Klubs werden das Ende der Saison gar nicht mehr erleben, und wer bis dahin noch nicht pleite ist, wird entweder sportlich oder finanziell ausgelaugt sein. Oder beides. Tja, heute können wir sagen, mit genau dieser Aussage hatte er recht. Einige Klubs haben sich bis heute davon nicht erholt. Vergessen dürfen wir eine ganz entscheidende Sache nicht. Das ist der Standortnachteil. Von ein paar Jahren hat das der ehemalige DDR-Funktionär Hans-Georg Moldenhauer erklärt, Zitat, viele große Sponsoren haben ihren Hauptsitz im Westen und noch Dependancen im Osten. Sie kümmern sich lieber um Vereine in ihrer Nähe. Das sehen wir ja zur Zeit auch gerne mal in der Bundesliga. Die Telekom, Volkswagen oder auch Bayer unterstützen vor allem West-Klubs. Auffällig ist, je wichtiger das Geld im Fußball wurde, desto weniger Klubs aus dem Osten spielten wirklich in der Bundesliga ne tragende Rolle. Hansa Rostock hat 20 Jahre in der Bundesliga bzw. der 2. Liga gekickt. Gleiches gilt für Energie Cottbus. 17 Jahre lang hatte man sich da oben festgebissen, aber jetzt ist man jeweils Lichtjahre davon entfernt. Wobei, zum Teil sind die Vereine auch selbst daran schuld. Die Bosse waren einfach sehr naiv. Ex Cottbus-Trainer Eduard Geyer meinte dazu, Zitat, wir haben 5 klassische Trainer und Manager geholt, weil wir dachten, die aus dem Westen sind die Heilsbringer, aber das waren Blinde, die uns erst richtig reingerasselt haben. Da gibt's einen prominenten Namen, Rolf-Jürgen Otto, der Ex-Präsident von Dynamo Dresden. Er hoffte auf große Geschäfte als Bauunternehmer und schleimte sich deshalb so richtig ein. Er meinte plötzlich mal, hey, ich bin jetzt ein Sachse. Tja, am Ende hat er dubiose Verträge abgeschlossen und Dynamo fast um die kompletten Einnahmen geprellt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Absturz des Ostfußballs hat vor allem 3 Gründe. 1. Die West-Klubs haben die besten DDR-Spieler verpflichtet und damit die Ost-Vereine ins Desaster geritten. 2. Der DFB hat bei der Fusion das Grab ausgehoben. 3. Der Standort-Nachteil inklusive dubiosen Geschäftsmännern. Kurios daran ist, während der Ost-Fußball wirklich Stück für Stück den Bach runter ging, profitierte der DFB von der guten Jugendarbeit der DDR über Jahre hinweg. Bei der WM 2002 stand ein Gerüst aus sogenannten Ossis im Kader. Michael Ballack, Bernd Schneider, Thomas Linke, Jens Jeremies und Carsten Janker. Sie waren Teil der DDR-Ausbildung, tja, und mit ihnen wurde die deutsche Nationalmannschaft sogar Vize-Weltmeister. Der Mauerfall ist 30 Jahre her. Und tatsächlich, jetzt könnte es im Ost-Fußball wieder Erfolge geben. Union Berlin spielt ja als erster DDR-Klub seit 2009 in der Bundesliga. Es steht sogar ein Ossi als Leistungsträger im Kader, und zwar Robert Andrich. Er ist aber einer der wenigen, die in den letzten Jahren den Sprung nach oben geschafft haben. Das ist wirklich so ein Teufelskreislauf. Ja, die Jugendarbeit im Osten ist noch immer sehr wichtig, aber es fehlt einfach die Spielpraxis auf Top-Niveau, weil ebenso lange kein Verein im Oberhaus gekickt hat. Man kann Bundesligaspieler aus dem Osten, die wirklich ne wichtige Rolle spielen, an zwei Händen abzählen. Hier ist mal ne Liste für euch eingeblendet. Falls euch noch nen Name einfällt, schreibt mir den doch gerne unten in die Kommentare. Stattdessen ist aktuell, wenn man so will, die 3. Liga, wie die ehemalige DDR-Oberliga. Sechs Ost-Klubs spielen da zur Zeit, und ich denke, in den nächsten Jahren werden einige Vereine von dort aufsteigen und ne deutlich wichtigere Rolle spielen. Der Halleschef C ist ja aktuell auf Platz 2. Im Osten wird viel Geld in die Infrastruktur gesteckt, man holt im Vergleich zum Westen auf. Aber um den Abstand weiter zu verringern, brauchen die Klubs externe Hilfe. Und hier kommt RB Leipzig ins Spiel. Auch bei Rasenballsport ist die Jugendarbeit wichtig. Ähnlich wie früher in der DDR. Es gibt in Leipzig eine riesige Akademie. Sechs Hektar Großplatz für mehr als 250 Talente und 17 Mannschaften. Ja, ich weiß, bis jetzt hat kein Jungs da den Durchbruch geschafft, aber das könnte sich bald ändern. Tom Kraus ist gebürtiger Leipziger und aktuell Teil der U19. Er ist die große Hoffnung. Neben ihm gibt's bei RB noch einige Jungs aus der Region, die echt viel Talent haben. Und ja, genau deshalb spaltet das Projekt RB auch den gesamten Osten von Deutschland. Der Grund, Talente werden meistens von den sogenannten kleinen Vereinen aus der Region abgeworben. Tom Kraus hat als Kind davor bei Sachsen-Leipzig gespielt. Logisch ist, das ärgert die klassischen Traditionsvereine. Denn ihr Ziel ist es, Talente erst selbst auszubilden und dann teuer zu verkaufen. Das ist einfach der lukrativste Weg, um Geld zu verdienen und so den Klub am Leben zu halten. Bei diesem Plan stört dann RB Leipzig. Im Red Bull Imperium wurde über die letzten Jahre die Jugendarbeit perfektioniert. Da nimmt man sehr viel Geld in die Hand, so wie früher eben auch in der DDR. Klar ist, nicht jedes Talent kann sich bei RB durchsetzen, und davon profitiert früher oder später der gesamte Ost-Fußball. Wer in der Region bleiben will, geht dann halt zu nem anderen Klub aus dem Osten. Blicken wir deshalb mal auf die U19 von RB Leipzig. Allein im vergangenen Sommer sind von dort Spieler zu 4 verschiedenen Ost-Klubs gewechselt. Und genau das zeigt, die anderen Klubs werden von der Jugendarbeit von RB Leipzig profitieren. Egal, ob man das Projekt mag oder nicht. Das Vorbild könnte hier der Schwester-Club sein, also RB Salzburg. Dort wird fleißig ausgebildet, die besten Talente kommen dann logischerweise zu den Profis und der Rest wird abgegeben. Davon profitiert die gesamte österreichische Bundesliga. Fast bei jedem Klub spielen Jungs, die bei RB Salzburg in der Akademie waren. Genau das könnte es bald bei uns in Deutschland geben. Kommen wir deshalb mal zu nem Fazit. Lange Zeit gab's die Beschwerde, keine großen Firmen investieren in den Ost-Fußball. Jetzt ist der Konzern Red Bull da und das könnte den Ost-Fußball ankurbeln. Von daher, RB Leipzig ist bei weitem kein klassischer Ost-Klub. Am Ende repräsentiert der Verein jedoch Leipzig und damit auch den Osten. Lange Zeit